Seid gegrüßt Gaming-Freunde für eine weitere Folge von Assassin's Creed Unity. Hier ist euer Don. Habt ihr gesehen was geschah? Ein Gaukler schrie auf und die Leiche lag hier. Weiß jemand mehr darüber? Da war ein dritter Mann. Er sagte die Gendarmerie würde ihn suchen und rannte fort. Wohin? Geht zur Bäckerei in der nächsten Straße. Er arbeitet dort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020